Ist es möglich, mit einer Chorusfrucht ein MLG zu machen? Das testen wir jetzt. So, wir stehen an einer Klippe und haben Chorusfrüchte. Jetzt springen wir runter und essen die im Fall. Ja, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Das heißt, wir müssen höher. So, wir sind höher und jetzt versuchen wir es nochmal. Okay, da die anderen Sachen nicht geklappt haben, versuchen wir es hier ein bisschen höher nochmal. Und nein, wir stellen mal einen Fallschaden. Okay, vielleicht habe ich zu spät gegessen. Wir versuchen es einfach nochmal ein bisschen höher. Nein, wir stellen mal einen Fallschaden. Grundsätzlich ist es also möglich, einen MLG zu machen, aber überleben tut man den nicht. Und damit ist die Frage geklärt.